hallo leute ich bin unholfen und willkommen zu einer weiteren folge von lost world schaut wir haben jede menge zu essen und vor allem müssen uns jetzt etwas heilen denn leute ich habe noch etwas gesammelt schaut euch das an wir haben lehm und sand jetzt werden wir etwas produzieren und zwar leute ich werde jetzt erstmal lehm nehmen und etwas sand nehmen das werden wir auch wollen die schaufel ist irgendwie fast kaputt wir haben kein material mehr sehe ich gerade ich hoffe ich habe noch hier irgendwo material ich habe nur leider eisen und so ne ja Mist also wir können keine schaufel herstellen das ist das problem warte mal ich guck mal was wir wirkzeugtechnisch schaufeln ja wir brauchen seine die haben wir nicht also muss mir los schwimmen hier bekommen wir gar keine mehr ja wir haben nur essen und eisen ok wir werden die schaufel zu ende machen und dann ja dann werdet ihr seht so jetzt wir müssen folgendes machen wir brauchen das hier was brauchen wir 50 gebrauchter ziegel und nochmal 100 ton und nochmal holz also ton brauchen wir mehr als sand aber wir brauchen 50 gebrannte ziegel sprich wir müssen folgendes machen ressourcen so auf maximum wir haben wie viele jetzt ziehe wir haben 10 ziegel nur da wir das gebrannt haben müssen das heißt das einzige was mir jetzt im kopf geht hier zu brennen das ist das einzige was ich jetzt so denke so wir haben 10 ok jetzt brennen wir sie mal also wir brauchen 50 gebrannte ziegel problem ist wir können hier nicht länger sein die können hier nicht länger sein das ist die frage wann sind die fertig und zwei gebrannte ziegel verbrannte ziegel rotzüge also ich hoffe es reicht wo habe ich das ganze gefunden leute wir werden in dieser folge ganz schön viel sterben denn das ist unter wasser und das problem ist dass wir hier keine haie haben sondern noch schlimmeres und das habt ihr gerade gesehen wir haben hier ähm ja ja da wir werden nicht sterben Mist ich habe nur am ende das bekommen das heißt etwas wasser und hier brauchen wir noch mehr holz ja machen wir sie mal halt so ich habe jetzt immer noch schaufel schaufel jetzt schnell runter jetzt schnell suchen blöden Fische so das ist ein Stein wo war das jetzt man da ist was das können wir vergessen also die müssen ähm so zu sagen schnell reagieren und am besten ananas essen oh heiß heiß so jetzt muss mir etwas ähm ich geh mal auf die Insel rüber ja das Problem ist es gibt hier keine Gras und so also Holz hätten wir also ich hatte Holz geschlagen hier aber wir haben kein Gras und das geht nur das Gras wenn wir hier wegschwingen also Holz hätte ich hier aber wir haben kein Schaufel und die Schaufel die Metall Schaufel Werkzeug Metall Schaufel da brauchen wir hochwertiges Metall und Fragmente von Metall also hochwertig bedeutet die müssen auch Metall schmelzen aber wie gesagt wir können hier gar nicht ähm gar nicht Sachen sammeln das heißt wir spüren von hier aus weg schade aber anders geht es nicht also so Feuer aus wir haben 10 Ziege brauchen 50 ich hab 30 noch kann ich noch welche machen und ich mach mal hier aus sparen wir auch Holz ok wir brauchen 25 Sand wir können ein noch einen 5 noch 5 und wir brauchen 50 ne oje das wird das wird eine Arbeit das kann ich jetzt schon sagen ähm ja hier nochmal brennen wie gesagt wir müssen jetzt entweder die schwimmen jetzt weg bis zur nächsten Insel dann sammeln wir Seile und so also mehr hab ich nicht also mehr Seile hab ich nicht ich hab hier und doch hier hier oh man hab ich Schwein ihr habt noch also können wir noch tauchen und sterben und noch mehr tauchen und noch mehr sterben da machen wir uns da machen wir uns steinfeld oh man wir haben es geschafft bei mir fällt Stein ich hab ich habe es geschafft ich hab so viel Eisen ey oh Entschuldigung so jetzt gehen wir mal Steine sammeln ich will zwei Schaufeln haben so sollte ausreichen so dann muss ich noch Wasser machen Essen haben wir Essen haben wir also Essen ist kein Problem dann machen wir uns Wasser wie sieht es aus hier gut sieht es aus also wir machen die ersten Ziegel also wir haben 15 wir brauchen 50 also niemals die Elfte haben aber wie gesagt da muss man erstmal ähm so da muss man erstmal ähm das Ganze einsammeln zwei Schaufeln die machen wir auf zwei und hier wird Wasser gekocht ich nehme mal gleich die wenn ich kaputte los geht's geht weg geht weg ihr blöden wo war das wo war das wo war das hier hier war es so einmal Sand okay wie gesagt wir werden jetzt sehr oft sterben wir müssen uns müssen uns heilen etwas trinken etwas nampfen weil wir werden sehr 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 viele mal sterben das ist nicht weil es will sondern ich habe immer noch nicht verstanden wie soll das mit den Fischen funktionieren ohne zu sterben mit dem Hai haben wir gewusst aha der Hai kommt mit dem Speer kannst du vergessen Leute ich habe dich schon mal probiert ja also ich glaube hier ist nichts mehr ich glaube hier ist nichts mehr aber wir laden uns mal auf so Wasser können wir einmal trinken Essen naja können wir gleich mal heilen nochmal die Schaufel in der Hand ähm jetzt schwimmen wir in der Richtung und schauen mal dort wenn es hier keiner mehr gibt schwimmen wir weg also mit unserem Boot also ich sehe hier nichts mehr also hier gibt es nichts mehr Leute ja hier gibt es in der Nähe nichts mehr das heißt das einzige was ich noch versuchen kann ist hier in der Richtung zu schwimmen und zu gucken ob hier in der Nähe was gibt aber ich sehe hier nichts mehr ne ne also was machen wir wir machen ja wenn schon dann frisst mich auf ihr blöden ich kann auch keinen Speer verwenden also mit dem so los geht's los geht's dir dann machen wir anders versuchen nach hinten versuchen nach hinten so los 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 jawohl es geht jetzt los geht's wir schwimmen jetzt zu der anderen Insel also wenn wir eine finden ich freue mich dass wir dass wir doch die ersten Ziegeln haben so können wir ausschalten wir haben die ersten Ziegeln und das gefällt mir also die ersten 15 wir haben noch etwas Lehm wir haben etwas Sand und dann gehen wir zu der nächsten Insel es wird liebend gerne wieder nach was ich hasse und vor allem kann ich jetzt wieder Sachen sammeln tschüss Insel so ich muss jetzt was gucken haben wir so eine ein so eine Art Haltung groß am vielleicht ist es damit wo wir das Fleisch bekommen Röstikermöße das können wir mal machen ich mach mal einen ähm vielleicht ist es damit womit wir wirklich ähm ja hier 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 können wir ähm wir brauchen Nägel und Textil Problem ist wir haben kein Textil das heißt wir müssen jetzt Textilien sammeln ähm ich will hier eine Fackel machen mindestens äh mindestens damit wir äh was sehen wir können changer kommtür komm her komm her komm her Machen wir kurz Textilfen und dann machen wir eine Fackel hinten und vorne. Zumindest machen wir keine Fackel, sondern Fackelhalterung. Irgendwann mal. Leute, ich mache gerade so kleine Projekte. Also was ich jetzt meine ist natürlich, wir machen erstmal diesen offen. Denn Leute, für die Zukunft. Es wird ein Riesenprojekt geben. Ja, also da brauchen wir mehrere Folgen. Erstmal, sie müssen um zwei unser Wort vergrößern. Mist. Ah, Mist. Arschgeigen. Gib her. Ich brauche Textilien. Nägeln haben wir ja. Also das wäre jetzt kein Problem. So, ich will hier so eine Fackel mittig stellen und dann da, wo die, ich hoffe, dass unsere Segel nicht verbrennt. Also hier noch vielleicht eine, weil ich will eine in diese Richtung, in diese Richtung eine gehen. Und zwar komplett. Das mache ich wohl off-screen. Ähm, aber ich habe auch nicht off-screen viel Zeit, deswegen. Ähm. Ähm, wartet. Ähm, deswegen müssen wir noch die, ähm, für die Halterung. Ähm, 10 Stück. Oh, haben wir so viele, dass ähm, mir schon schlecht ist. So, jetzt bauen wir mal diese Halterung. Wir können natürlich diese machen, aber dafür brauchen wir ein Glas. Auch dafür brauchen wir, sagen Leute. Wir schaffen mal eine. Dach. Also einer nach hinten. So mittig. Wobei mittig später vielleicht was anderes kommt. es brennt. Hunger. Oh. Sehr gut. Oh. Jetzt haben wir hier ein Licht. Wir könnten eigentlich noch eine machen, ne? Ja. Machen wir noch ein Licht. Kann ich zwei machen? Das ist die Frage. Brauchen wir? Okay. Ich mach mal ein Licht. Ich mach mal ein Licht. So. Ich will hier ein Licht machen. Es wäre Licht. Ja. Zumindest ist es etwas heller. Und da machen wir noch einen. Machen wir auf der anderen Seite. Es wäre Licht. So. Jetzt können wir eigentlich weiterhin Ressourcen sammeln. Bleib hier. Ah. Blödes Teil. Ähm. Okay. Das war die blaue. Also blauen brauchen wir nicht so. Aber die grünen, die sind auch toll. Ne? Also mit dem grünen ist es. Was war jetzt das? Ja komm. Hab ich gesagt. Ja komm. Wir müssen langsam. Ähm. Jetzt noch diese Seite noch eine machen. Und. Also in der Breite. Eine in der Breite gehen. Ähm. Warum? Ähm. Weil. Weil. Ich will jetzt ein großes Projekt starten. Und ich weiß es nicht. Leute. Ob die Breite reicht. So. Es wird ein ziemlich großes Bauprojekt. Da brauchen wir bestimmt Glas. Das heißt wir brauchen jetzt eine Insel. Wo wir. Ja. Boah. Ähm. Noch zu viel was hier vorbeischwimmt. Okay. Ähm. Wir haben auch Segel. Deswegen geht es viel zu schnell. Das brauchen wir. Auf jeden Fall. So. Wie sieht es aus. Mit den Inseln. Ja. Zurzeit kann keiner. Ne? Da ist keine Inseln unterwegs. Ja. Uns ist es etwas kalt. Aber. Wann hat es mich aufgehalten weiterzumachen? Ich friere ja nicht. Das friert mein Charakter. Ne? Das war jetzt ein bisschen gemein. Schließlich bin ich schuld. Ich steuere sie. Ha. Mann. Also. Ich mach folgendes. Leute. Wie werden. Auf Scream werde ich. Ähm. Versuchen. Hier. Wenn ich Zeit hab. Erstmal. Sand. Und. Äh. Hier die Menge. Äh. Äh. Zorn. Zu bekommen. Denn. Ihr habt gesehen. Also. Man steppt hier. Äh. So. Wie oft. Äh. Ziemlich schnell. Weil. Ähm. Diese blöden. Bissigen Fische. Also. Ich hätte lieber. Wobei. Nein. Also. Wenn ich. Ich wollte. sagen. Ich hätte lieber ein Hai. Aber nein. Weil. Ähm. Der Hai hatte. Ähm. Mein Schiff angegriffen. Und ich musste sie. Ähm. Mein Schiff. Immer wieder reparieren. Land in Sicht. Land in Sicht. Ah. Wir haben volle Taschen. Das heißt. Wir können das schon mal verarbeiten. Die Steine kann ich jetzt ablegen. Da ist voll. Da können wir das Essen mal reinschieben. Okay. Leute. Folgendes. Ich hoffe. Euer hat sie gefallen. Wie gesagt. Wir sind jetzt. Ähm. In Folge der Richtung. Wir gehen in folgende Richtung. Äh. Land in Sicht. Ja. 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 Ich mach die warm. Ja. Die blöde Dusche friert. So. Reicht das schon. Ähm. Wir werden weiter in sehen. Ähm. Etwas. Sand und Ton. Das ist unser Ziel. Für. Ja. Für weiteres Vorhaben. Für unser Ofen natürlich. Für weiteres Vorhaben. So. So. Kommen wir zum. So. Da hin. Außer das ist ein Stein. Insel. Dann ist es nicht gut. Also. Mit Bergen und so. Dann ist es nicht gut. Da muss man fahren. Ich glaube ich kenne die Insel. Da waren wir glaube ich sogar. Da. Ähm. Ja. Das war die Insel die letztens. Ähm. Wo wir letztens waren. Schauen wir mal. Aber wir brauchen wie gesagt Sand jetzt. Und äh. Das ist das. Ja. Das ist die Insel. Okay Leute. Machen wir folgendes. Äh. Ich versuche sie zu umfahren. Und zwar so dass wir doch auf von der anderen Seite kommen. Das ist ziemlich felselig. Felsen. Äh. Volle Felsen da. Und ähm. Das gefällt mir nicht so. Ich würde gerne. Äh. Von der anderen Seite dahin kommen. Weil ich will hier ein bisschen Sand sammeln. Wobei es ist eigentlich. Und wir machen uns ein Messer. Nächstes Mal. Äh. Gucken wir dass wir ähm. dass wir doch die Tiere versuchen mit dem Messer zu schlachten. Also wir haben äh. dieser rostigen Messer. Na. Okay. Dann schwimmen wir zu der anderen Insel. Okay Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat's gefallen. Wenn ihr wisst was dumm ist. Bis zum nächsten Mal. Euer Lonewall V3. Ciao. Ich werde noch hier etwas bauen. Ne. Und dann äh. Nächstes Mal wird es etwas größer. Ja. Das sind reine Felsen. Das äh. Okay. Wir schwimmen weiter. Vielleicht finden wir was. Okay Leute. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.